Die Zukunft. Wir befinden uns im 25. Jahrhundert. Nein, nicht das 25. Jahrhundert. Das 25. Jahrhundert. Ja, genauer gesagt das Jahr 2484. Die Menschen leben in einem kommunistischen System ohne Kriege, Hunger, Alkohol und anderer Dinge. Das Einzige, was ihnen Sorge bereitet, ist, dass sie jemand ohne ihre falsche Haarpracht sehen könnte. Alles andere ist nebensächlich. Aus dieser Zukunft reisen vier Helden zurück ins Jahr 1984, um ihre Welt vor dem Untergang zu bewahren, mit Hilfe eines kleinen Jungen. Wie aufwendig diese Produktion war und wie ein einfacher Name zu einem Rechtsstreit führen konnte, der die Ausstrahlung dieser Serie verhinderte, das seht ihr in der nahen Zukunft. Willkommen beim fetten Loser im Exil. Ich bin der fette Loser im Exil. Und heute habe ich eine Serie für euch, die uns zurück ins wunderbare Jahr 1984 bringt. Nein, nicht das 84, oh Menno. Die Geschichte der Besucher beginnt im Jahr 2484. Genauer gesagt am 22. Mai 2484. Denn da schlägt der Zentraldenker, der sowas wie ein universaler Ratgeber der Menschen im 25. Jahrhundert ist, Alarm. Er hat errechnet, dass in 178 Tagen ein gasartiger Komet so nah an der Erde vorbeifliegen wird, dass er die Erdachse dabei massiv verschiebt. In einer ersten Zusammenkunft des Weltenrates erzählt der Akademiker Philipp, der geradezu besessen ist von dem Leben des Nobelpreisträgers Adam Bernau, einem Genie des ausgehenden 20. Jahrhunderts, von einer Passage aus dessen Erinnerungen, in denen ein Buch erwähnt wird, in welches er bereits als Kind eine Formel geschrieben hat, mit deren Hilfe man ganze Welten verschieben könne und das bei einem Brand seines Elternhauses vernichtet wurde. Schnell wird eine vierköpfige Mannschaft für die Expedition Adam 84 zusammengestellt, die ins Jahr 1984 zurückreisen soll, um als Feuerwehrmänner verkleidet das Buch zu retten, bevor es verbrennt. Neben dem schrulligen Akademiker Philipp werden der Arzt Jacques Michel, die Zoolinguistin und Historikerin Emilia Fernandes, sowie der Techniker Leo Cain für die Aufgabe ausgewählt. Doch der Einsatz läuft alles andere als geplant und so müssen sich die vier für unbestimmte Zeit in dem kleinen Städtchen Kamenitze einquartieren, um dieses wertvolle Buch zu einem späteren Zeitpunkt an sich zu bringen. Dabei verhalten sie sich jedoch alles andere als unauffällig. Wäre diese Serie ein Kinofilm gewesen, wäre sie wohl am ehesten im Genre Screwball-Komödie einzuordnen gewesen. Denn die skurrilen Ereignisse, die die Besucher durch ihre Unwissenheit auslösen, sind ziemlich haarsträubend. Das beginnt mit ihrer seltsamen Art zu grüßen und geht hin bis zum sinnlosen Verprassen ihrer durchaus üppigen finanziellen Mittel. Und abgesehen davon, dass sie mitten in der Nacht einen ganzen Rummelplatz aktivieren, legen sie auch noch einen Seetrocken. Und ich dachte, ich wäre als Kind schlimm gewesen. Die Geschichte der Besucher geht zurück bis ins Jahr 1977, als ein erster Drehbuchentwurf der Serie fertiggestellt worden war. Die Vorproduktion der Serie begann dann Anfang 1980 in Prag. Sie war eine Koproduktion zwischen dem tschechoslowakischen, dem Schweizer Fernsehen, dem Bayerischen Rundfunk und dem WDR. Die Produktionszeit betrug drei Jahre und beinhaltete unter anderem die Koordination von 25 Hauptrollen, 1856 Nebenrollen, über 4000 Komparsen und 540 Effekteinstellungen. Alleine die Dreharbeiten erstreckten sich über 233 Tage. Gedreht wurde in den Filmstudios Barndorf in der Tschechoslowakei, im Dolphinarium Harderwijk in den Niederlanden, in Pelchemow, das das Städtchen Kamenice darstellte und in Gören auf Rügen. Gören gehörte damals übrigens noch zur DDR, in der die Serie unter dem Namen Expedition Adam 84 lief. Ihre Premiere feierte die Serie auf dem tschechoslowakischen Sender CST. Dort wurden die 15 Episoden ab dem 5. November 1983 ausgestrahlt. Bei uns lief sie etwa zwei Monate später an, nämlich am 1. Januar 1984. Es gibt übrigens noch eine 16. Folge, die aber mit der eigentlichen Geschichte nichts zu tun hat. Sie ist ein Making-of und heißt Besuch bei den Besuchern. Vollmeta. Wo in der Serie noch das Geburtshaus Adam Bernhaus zu sehen war, verläuft heute eine Autobahn. Alleine für die Szenen des Hausbrandes musste das Gebäude, welches in Brünnen stand, 24 Tage lang brennen und qualmen. Da das kein Hausbesitzer besonders toll finden kann, kaufte die Produktionsfirma das Anwesen kurzerhand. Doch wer meint, dass das schon aufwendig war, hat keine Ahnung, was alles bewerkstelligt werden musste, um die Überschwemmung eines Schrebergartens darzustellen. Dazu wurde die Trainingsstrecke der Kanuten in einem Strombett an der Elbe komplett umgestaltet und ein künstlicher Damm errichtet. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Was man im Sommer aber nicht drehen konnte, wurde im Winter in Barndorf an der Moldau gedreht. Die Zukunft. Und in den Bergen der Slowakei, wo zum Beispiel im Februar 82 die Aufnahmen für die Szenen stattfanden, die in der Arktis spielten. Insgesamt wurden 28 Bauten für die Räumlichkeiten der Zukunft in den drei größten Hallen der Filmstadt Barrandorf errichtet. Da man in den frühen 80er Jahren nicht wie heute üblich alles aus dem Computer zaubern konnte, griff man auf klassische Tricks wie Forced Perspective Shots, Miniaturen und Matte Paintings zurück. Ach ja, und natürlich Stop-Motion-Aufnahmen. Das waren noch richtig handgemachte Effekte. Nicht dieser ganze Computer-Mumpitz, den wir heute überall serviert bekommen. Ach ja, die 80er waren schon geil. Schon früh in der Planungsphase war den Machern der Serie, Ota Hoffmann und Jindrich Pollack, klar, wer die Hauptrollen spielen würde. Und so konnten sie diese den Schauspielern sozusagen auf den Leib schreiben. Da wäre zum Beispiel der Leiter der Expedition, der Akademiker Philipp, der von Josef Blaha gespielt wurde. Er zählte seinerzeit zu den bekanntesten Film- und Fernsehstars der Tschechoslowakei. Er wirkte unter anderem in Filmen wie Der brave Soldat Schwake, Das Mädchen auf dem Besenstiel oder in Serien wie Pantau und Die Tintenfische aus dem zweiten Stock mit. Seine deutsche Stimme lieh ihm Holger Hagen, der neben James Garner, Richard Burton und Burt Lancaster auch den Vorspann vom Raumschiff Enterprise sprach. Und der Erzähler in Timthaler war, in dem auch seine Ehefrau Bruni Löbel mitspielte. Hiridatl Nowotny war als Dr. Jacques Michel alias Michael Noll zu sehen. Er war nicht nur Schauspieler, sondern auch Dokumentarfilmer. Ihn konnten wir auch in Luzi der Schreckende Straße und die Märchenbraut sehen. Er wurde von Sigmar Solbach synchronisiert, der uns noch bekannt ist als Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Er sprach unter anderem auch Peter Weller in Robocop 1 und 2. Josef Dworak, der in der Serie als der Techniker Leo Cain alias Emil Karras zu sehen war, ist eher als Theaterschauspieler bekannt und hat sogar ein eigenes Theater, in dem er bis heute auftritt. Ihm konnten wir Kinder von damals auch in Luzi der Schreckende Straße, der fliegende Ferdinand, die Märchenbraut und die Rückkehr der Märchenbraut sehen. Seine deutsche Stimme lieh ihm Peter Thom, der uns unter anderem noch als Hausmeister Willy bei den Simpsons im Gedächtnis ist. Dagmar Patrasova, die die Zoolinguistin Emilia Fernandez alias Katja Jandova verkörperte, ist neben der Schauspielerei noch als Sängerin und Moderatorin aktiv. Auch sie konnten wir in Luzi der Schreckende Straße, die Märchenbraut und die Rückkehr der Märchenbraut sehen, wobei sie bei den letzten beiden Serien neben Jana Nagiova agiert, mit der sie bereits 1979 zusammen in Per Anhalter in den Tod zu sehen war. Dagmar Patrasova wurde von Susanna Bonazewitsch gesprochen, die unter anderem auch die deutsche Stimme von Bibi Blocksberg, Carrie Fisher in den Star Wars Filmen und Frank Drescher in Die Nanny ist. Ach, all diese wunderbaren Stimmen. Habe ich schon erwähnt, dass die 80er echt geil waren? Naja, seit 2009 gibt es die Serie auch auf DVD zu kaufen, was keinesfalls selbstverständlich ist, wenn man bedenkt, dass es einen Rechtsstreit gab, wegen dem die Serie sogar einige Jahre lang nicht ausgestrahlt werden durfte. Alena Filipova, die Witwe des Archäologen, der den Namen Jan Philipp trug, glaubte ihren verstorbenen Mann in der Figur des Akademikers Philipp, der mit richtigem Namen ebenfalls Jan Philipp heißen sollte, wiederzuerkennen. Mit dieser Überzeugung zog sie vor Gericht und dieser Rechtsstreit verhinderte sogar, dass die Serie erneut ausgestrahlt werden durfte. 1989 schließlich wurde ihr tatsächlich recht zugesprochen und die Produzenten mussten den Namen nachträglich ändern. Sie wählten daraufhin den Namen Jan Richard und synchronisierten die entsprechenden Szenen nach, was einen Haufen Geld verschlang. Auch, dass Jindrich Pollack beschwor, die Figur hätte nichts mit dem echten Wissenschaftler zu tun, half nichts, weil vor Gericht die tatsächliche Wiedererkennbarkeit zählt, auch wenn sie nicht beabsichtigt ist. Und die Moral von der Geschichte, ohne Disclaimer geht es nicht. Mehr. So können sich Fans der Serie mittlerweile sogar über eine neue Collector's Edition freuen, die sie in ausgezeichneter Bildqualität zeigt. Tja, das ist schon was ganz anderes als mein abgegriffenes Videomaterial. Die Musik stammt übrigens wieder vom fantastischen Karel Svoboda und wurde vom Filmsymphonieorchester Prag in Zusammenarbeit mit der Band Elektrovox eingespielt. Na, hat euch dieser Trip in die Vergangenheit auch gefallen? Dann wisst ihr ja, was mich glücklich macht. Übrigens, es sind wieder einige neue Designs in meinem Shop eingetroffen. Die Links findet ihr unter dem Video. Also, der nächste Beitrag kommt am Freitag. Wir sehen uns in der Zukunft.